Hallo meine Damen, hier möchte ich euch von Brooks den gestützten Trends 12 vorstellen. Er ist ein absolutes High-End-Modell, was Passwort, Stabilität und Komfort angeht. Speziell die ruhigen und langen Laufeinheiten sind damit ein tolles Erlebnis. Mit dem neuen, komplett durchgehenden Caterpillar Crashpad setzt der Schuh ein Ausrufezeichen. Mit dieser Technologie wird dir ein punktgenaues Abrollverhalten ermöglicht. Läuferinnen, die Versteck nach innen einknicken, erhalten durch das DRB-Excel-Element eine stabilisierende Brücke zwischen Vorfuß und Ferse. Völlig einzigartig ist das DNA-Dämpfungssystem. Es passt sich deiner Laufgeschwindigkeit und deinem Körpergewicht individuell an. Damit bekommst du die perfekte Mischung aus einer guten Dämpfung und ein auf dich abgestimmtes perfektes Laufgefühl. Die umweltfreundliche Bio-Mogo-Zwischensohle ist biologisch abbaubar und ein weiterer Schritt in Richtung verantwortungsbewusster Laufschuhherstellung. Der Brooks Trends 12 begeistert alle Läuferinnen mit einer Überpronation, die auf lange Strecken sowie auf harten Untergründen laufen. Der Brooks Trends 12 begeistert alle Läuferinnen mit einer Überpronation, die auf den Dämpfungssysteme, die auf den Dämpfungssysteme, die auf der Dämpfungssysteme, die auf der Dämpfungste Laufgefühl, 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 die auf der Dämpfungste Laufgefühl.